Bam, bam, bam! Quicktip! Munter Quicktip! Ja, ihr hört richtig, hier ist euer Isco mal wieder. Und ich bin anscheinend hier der letzte Überlebende im Quicktip-Format. Irgendwie sind alle anderen weg oder haben keine Zeit oder weiß ich nicht. Aber ich muss das hier machen, ja, denn Quicktip muss natürlich hochleben und aufleben. Und deshalb ist das hier auch ein Quicktip unter dem Banner The Isco says. Ja, also kann man auch sagen, die erste Ausgabe, Folge vielleicht. Vielleicht nur eine einzige Ausgabe, aber eigentlich nicht. Denn sowas soll natürlich auch weiterhin auf dem Moontalk Network folgen. Ist aber egal, wir tippen hier, beziehungsweise ich tippe hier Backlash, ja, WWE-Pay-Per-View. Und fangen wir mal an. Und zwar mit dem Kick-Off. Aiden English vs. Tye Dillinger. Ja, was kann man dazu sagen? Aiden English ist jetzt Single unterwegs anscheinend. Ich tippe hier trotzdem natürlich auf Tye Dillinger. Oder auf, das ist doch Gavin Spears, oder? Ah, ich habe ja niemanden in der Leitung, egal. Ja, tippe ich drauf auf jeden Fall auf Gavin Spears. Und das nächste Match ist Eric Rohn vs. Luke Harper. Oh, das ist ja groß. Das ist ja sehr, sehr groß. Ich habe mir die Karten noch gar nicht angesehen. Aber jetzt, wenn ich das so sehe, da werde ich doch richtig heiß. Ja, Eric Rohn vs. Luke Harper. Auf jeden Fall wird das ein Riesen-Match. Und das gewinnt Luke Harper. Tippe ich einfach mal. So, das nächste Match auf der Karte ist das Six-Women-Tag-Team-Match. Und zwar Becky Lynch, Charlotte und Naomi gegen Carmella, Natalya und Termina. Ja. Charlotte ist, glaube ich, face-geturned anscheinend. So wie ich das hier sehe mit Becky Lynch und Naomi im Team. Gegen Carmella, Natalya und Termina. Die haben ja nichts zu melden. Die haben ja gar nichts zu melden, die drei. Ja, vor allem Natalya ist einfach die schlechteste Wrestlerin aller Zeiten. Deshalb tippe ich hier auf die Faces. Ich glaube, wir machen hier keine großartigen Tipps, wer wen pinnt. Deshalb tippe ich einfach mal eiskalt auf die Faces. Und kommen wir zum nächsten Match. Baron Corbin in Sami Zayn. Oder Sami Zayn, besser gesagt. Ist ein bisschen ein kleiner Zungenbrecher, sein Name. Immer mal wieder. Ich tippe hier ganz klar auf Baron Corbin, denn auch Sami Zayn einfach gar nicht zu melden. Ja. Wird ja nur noch verdroppt. Glaub ich. Naja, auf jeden Fall Baron Corbin wird hier wahrscheinlich bald in ein Main Event gepusht oder so. Keine Ahnung, was die WWE mit ihm vorhat. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall holt er hier den Sieg. Ein schöner Heelsieg. Vielleicht cheatet er sich auch zum Sieg. Keine Ahnung. Wird man sehen. Dann ein Match, auf das ich mich schon relativ sehr freue. Und das ich mir auch ansehen werde. Und zwar Shinsuke Nakamura gegen Dolph Ziggler. Ja, und hier haben wir wieder dieselbe Konstellation eigentlich. Dolph Ziggler hat gar nichts mehr zu melden. Und Shinsuke Nakamura, sein erstes Pay-Per-View-Match. Äh, im, ja, WWE-TV quasi. Also er ist ja von NXT zur WWE gewechselt. Zu SmackDown, zu dem SmackDown-Brand. Und das hier ist sein erstes Match on Pay-Per-View. Und das muss er natürlich gewinnen. Ich meine, er ist ein großer Star. Ja, oder wird zumindest von der WWE so gesehen. Und ich denke mal, man wird auch mit ihm weiterhin planen, ihn weiter aufbauen wollen. Deshalb holt er hier auch den Sieg gegen Dolph Ziggler, der ja auch Heel geturnt ist. Ja. Aber trotzdem, dieser Heel-Turn bringt ihm gar nichts. Denn Dolph Ziggler stagniert seit Jahren und wird auch die nächsten Jahre stagnieren. Also Tipp, Shinsuke Nakamura. Dann hätten wir das SmackDown-Tag-Team-Title-Match. The Usos, die Champions gegen Brissango. Und ich tippe hier einfach mal auf Brissango, denn ich will das einfach sehen, wie die den Titel holen. Ja, ich bin ja großer Fandango-Fan, immer gewesen. Tyler Breeze ebenfalls. Ja, ich mag dieses Gimmick. Und die sollen mal ruhig den Technik-Titel hier gewinnen. Auch wenn sie natürlich Jobber sind, aber trotzdem. Warum nicht? Die Usos hatten den Titel jetzt schon oft genug. Den kann man den Titel auch einfach mal abnehmen. Deshalb Tipp auf Brissango. Die holen sich das Ding hier irgendwie. So, und das nächste Match, United States. Titel-Match wahrscheinlich das Spannendste auf der Kart. Kevin Owens hat sich hier den Titel gegen Chris Jericho zurückgeholt. Und AJ Styles ist jetzt sein neuer Fäden-Gegner. Kann natürlich ein sehr, sehr starkes Match werden. Die beiden können ja eigentlich alles im Ringen. Finde ich eigentlich ein bisschen schade, dass es hier nur das US-Championship-Match ist. Eigentlich sind beide, ja, World-Title-Contender. Vor allem AJ Styles, der ja eigentlich der Wrestler des letzten Jahres war. Warum er jetzt auf den US-Teil geht, weiß man nicht. Aber das wusste man ja auch nicht so wirklich bei Kevin Owens, der ja auch den WWE-Universal-Title, das, ja, ein Großteil des letzten Jahres gehalten hat. Jetzt, wie gesagt, um den US-Championship. Ich tippe einfach mal frech auf den Titelwechsel. Ja, also AJ Styles holt sich hier das Ding und sammelt dann somit weiter seine Titel in der WWE. Ja, hingegen im WWE-Championship-Match haben wir die Konstellation Randy Orton gegen Jinder Mahal. Ja, wie der das geschafft hat, keine Ahnung. Aber er bekommt ja auch einen fetten Push jetzt gerade. Hat natürlich aber gar keine Chance gegen Randy Orton, der hier verteidigen wird. Erinnert mich so ein bisschen an so Versuche wie mit Carly, der mal hochgezogen wurde in dem Main Event. Oder Hardcore Holly oder auch JBL, der zwar den Titel gewinnen konnte. Aber das sind hier so die typischen Smackdown-Contender, die man dann für Pay-Per-Views hochholt, damit man, ja, quasi den Titel weiter aufbauen kann. Durch Titelverteidigung, die ja Randy Orton hier auf jeden Fall erreichen wird. Um die Regentschaft einfach länger zu halten. Übergangsgegner, so nennt man das heutzutage, glaube ich. Ja, ganz klar, Randy Orton wird das Ding hier gewinnen. Und, ähm, ja, dann wäre ich auch schon durch. Ich kann natürlich noch was plagen hier demnächst. Moontalk zockt, ja, ist schon in der Warteschleife, wird bald auf dem Network hochgeladen. Die nächsten Folgen oder die nächste Folge, JFK und ich, zocken dort weiter und versuchen natürlich alles, um Chris Vaughn zum größten Superstar aller Zeiten zu machen. Man wird sehen, ob das funktioniert. Äh, seid gespannt. Außerdem geht natürlich bald Lucha Underground weiter, Ende des Monats. Da wird man mich auch wieder des Öfteren in regulären Ausgaben hören. Ähm, das hat ja ein bisschen abgenommen, dadurch, dass ich keine WWE mehr verfolge. Und, äh, auch die Classic Reviews natürlich, äh, nicht wöchentlich kommen. Ähm, Lucha Underground natürlich werden wir natürlich, äh, in, äh, zwei Wochen Takt machen, wie immer und üblich. Ich bin auch schon richtig heiß, ich freue mich auch schon richtig drauf. Und ja, ich hoffe ihr natürlich auch, dass, das liebe, gute Mooniverse. Und ich hoffe, alle hatten auch Spaß bei der WXW. Da waren ja viele, hat man ja in der Facebook-Gruppe gesehen, viele Bilder, äh, wurden dort gepostet von Usern aus der Facebook-Gruppe mit den diversen Superstars, die da waren, wie zum Beispiel Pentagon oder, äh, Angelico. Ja, sehr schön. Hat mich gefreut, die Bilder zu sehen. Und natürlich, äh, das absolute Highlight, Martin Spiller und Pius auf einem Bild. Also, äh, das ist ja unfassbar. Das ist ja unfassbar, das Bild, ja. Die beiden größten Erzfeinde der Moon-Tour-Gruppe auf einem Bild vereint. Und, äh, ja, genauso glaubwürdig wie Sean Michaels und Bret Harts Versöhnung natürlich. So, aber, äh, ja, da fährt auch schon die, der Krankenwagen hier vorbei. Deshalb, das ist, glaubw ich, das Zeichen, dass Cesaro gleich reinkommt. Ah, nee, äh, ja, schlechter Witz. Aber egal, ja, ich bin hier am Ende. Und, ja, ich hoffe, ihr habt, äh, einen schönen, eine schöne Restwoche. Und, äh, genießt den Pay-Per-View natürlich am Sonntag. Ist ja auch schön, dass Backlash wieder zurück ist, oder? Wohl, war doch letztes Jahr so, oder? Ich weiß es nicht mehr. Es sind so viele Pay-Per-Views von WWE. Kommt ja alle zwei Wochen irgendwie ein neuer und dann wieder ein alter. Und hast du nicht gesehen. Gut. Bis dann. Euer Isco. Pang, people! above Tric-Tric! Bis zum nächsten Mal.